Bist du unten? Ja. Bist du weg? Ich bin weg, ja. Ich hätte da niemals zusammen mit jemandem eine Leiter hoch oder runter. Ja, ist tödlich. Da haben wir uns schon so sehr mittelche Beine mitgebracht. Da hinten ist ein Zombie. Oh nee, das bist du. Hm. So, warte mal gerade. Siehst du, wo ich bin? Hier kann man in die Lagerhalle rein. Ja, ich sehe dich. Ich will nur gerade noch was abtrecken. Okay, man sieht gar nichts mehr. Ich mache auch nicht mehr lange auf jeden Fall. So, ich führe uns jetzt zur Feuerwache. Wo bist du? Noch hier eine Lagerhalle drin. Aber ich sehe halt nichts mehr. Und die Leute, die das gucken, werden auf jeden Fall nichts mehr sehen. Voll egal. So, ob es nur diesen einen Populzeigener gibt hier. Ja, der ist doch da vorne, ist er nicht weit. Ich bin hinter dir. Scheiße. Zombie auf der Straße hier. Hier rein, Lena. Ich bin, ähm, aus der Mauer bin ich rechts abgebogen. Okay. Und stehe jetzt hier an der Mauer. An der Ecke. Weil da hinten, ich will zu dem Hotel, dahinter ist nämlich die Feuerwache, beziehungsweise die Polizeistation. Totenstille. Das ist nochmal noch Fassalauf, muss aber drauf. Hey, hier muss doch irgendwo die Polizeistation sein. Und die Feuerwache. Hier ist nochmal die Schule. Das Problem ist jetzt, diese andere Gruppe wird uns nicht mehr mitteilen, was die gerade machen. Weil der eine Typ jetzt denen beim Teamspeak beigetreten ist. Wir unterhalten sich jetzt nicht mehr über den Chat. Ja, ist mir egal. Ja, war immer nice or not, was die gerade machen. Ich habe gerade mal, dass ich gerade vergessen habe. Ich habe versucht, den falschen Server beizutreten. Wobei ich das jetzt zum Favoriten hinzugefügt habe, ist ja jetzt oben und nicht unten. Deswegen, äh. Ich weiß auch, warum das vielleicht nicht geklappt hat. Checkt nicht. Das muss eigentlich hier irgendwo sein, Philipp. Versucht die Feuerwehr. Feuerwehr, die ist ganz unten im Haus. Vorsicht, Zombie. Die Feuerwehr ist eigentlich so eine... Die sind immer auch in den gleichen Schatten, wo ich auch bin. Ja. Die ist dann unten, nee, ist fast so ein eigenständiges Haus am Waldrand. Also noch in der Stadt drin, aber... Wo ich jetzt auch auf der anderen Seite von der Straße... Ja, ja. Ach ja, dann zum Süden, ne? Ja, nee, ich bin eigentlich noch... Okay, da meine ich die Polizeistatze. 260 Meter. Da meine ich die Polizeistatze, unglaublich. Ja, das braucht es auf jeden Fall nicht die Feuerwehr. Da gibt es noch Zeit. Das ist auch was anderes. Also die Polizeistatze ist 100 Meter von hier entfernt. Ja, ich sehe die auch. Hinter der Schuhe. Ach, die ist hinter der Schuhe. Über den Platz drüber und da ist die. Siehst du? Mhm. Lass uns hier mal gleich irgendwo ausloggen. Ja, wir loten jetzt die Polizeistation und die Feuerwache noch. Warte, einen Augenblick. Ich hole kurz weg. Ich hast den Laden, den musst du so kurz einloggen von dahin. Ja. Hier sind zwei Bandagen, Philipp. Ja, nice. Hier sind Munitionen für Schrotflinten. Hier ist ne Sodaken. Vier Stück sogar. Ich muss was essen. Ich muss eh was trinken. Ich stelle hier jetzt mal ne... Vielleicht wenn wir gehen, stelle ich hier mal ne Bärenfalle auf. Einfach just for fun. Wir haben einigen. Aps-Magazine. Smoke Grenade. Aber die verschwindet bestimmt noch mit Server Restart. Gehen wir hier. Sire on pellets. Mensch. nicht. Hast du auf der anderen Seite alles schon abgeklappert, links? Oder bist du ja egal? Ist da noch was? Ne. Nur leere Dosen. Alter, das fuckt mich voll ab. Diese Magazine, man kann die nicht recombinen, weil die dann automatisch zum anderen Magazin werden. Deswegen habe ich hier voll viele angebrochene Magazine jetzt. Hier steht übrigens ein neuen Fahrrad. So, das war's. Mehr ist hier nicht drin, ne? Das ist übrigens recombine, nur mal so nebenbei. Oh, das Krankenhaus ist offen. Ja, der Gregor ist doch da drin. Der hat auch da Schutz gesucht. Ja, aber der ist ja... Ich guck gerade, ob der zufällig gestorben ist, weil hier gibt's ja den Combat Outlock System. Gleich geht's zur Feuerwehr. Ich bin auch auf dem Weg, 100 Meter. Ich geh noch kurz ins Restaurant rein. Aber hier ist nix. Ich geh noch kurz ins Restaurant rein. Aber hier ist nix. hier sind Cola Dosen. Zwei Raum Pellets. Deine Schall und deine Taschenabbeläuche durch die Wand durch. Echt? Naja, die läutet alles aus. Kann ich voll weit sehen. Aber ohne siehst du halt hier gar nichts, ne? In dem Turm. Ja, stimmt schon. Hier ist noch so'n hessischer Rucksack, den kein Mensch braucht. Gregor! Hast du n' Rucksack, Gregor? Nö. Weil hier in der Feuerwache ist n' Rucksack. Äh, nö, ich hab keinen Rucksack. Ich hab nun ein Huntingknife, ein Gewehr, eine Pistole und eine Munition. Weil hier in der Feuerwache liegt einer. Ja. Was? In der Feuerwache liegt der Rucksack. Ich werd' wahrscheinlich so nicht bis zur Feuerwache hinschaffen. Wieso? Die ist doch noch 100 Meter. Nee. Wie viel Blut hast du denn noch? Ja, bestimmt noch ungefähr so'n Drittel oder so. Ja, dann schaffst du's zur Feuerwache. Ja, ne, ich mein' jetzt auch nicht wegen dem Blut, sondern wegen dem Hängen. Weil einfach so. Wenn es jetzt vielleicht besser ist, dann mal gucken wir mal. Wie viel haben wir jetzt überhaupt? 10 Uhr. Ja, ich mach gleich auch so'n Schluss. Ja. Ich muss morgen früh raus. Ja, ich auch. Ich muss um 5 aufstehen. Ne, ne, okay, so früh muss ich nicht raus. Ja, sollen wir's einfach hier ausloggen? Ne, wir müssen dem Dings noch, ähm, ein Bloodpack geben und außerdem loggen wir uns bestimmt nicht in der Feuerwache aus. Wir suchen gleich einen Punkt, wo wir uns zusammen ausloggen. Ja, loggst du dich noch einkriegern oder kommst du noch? Ja, ich versuch's grad. Ich hab hier grad den ersten Ladebild schon. Okay. Hab ich jetzt zu 5 Vierteln, ne, andersrum 4 Vierteln. Du musst das aber am letzten Mal schon an der Stelle so lange gedauert. Ich hab jetzt zwei Kerne von den ersten Vieren, die, äh, die bis zur Hälfte ausgelastet sind. Na krass. Kann man's noch mehr verteilen? Ne, das macht wohl das automatisch, du kannst das nicht verteilen. Shit. Das ist oft so, du weißt, woran er fliegt, aber du kannst dich ändern. Man kann es, man kann es verändern. Wie das denn? Er muss nur aufpassen, ne, da kannst du aber auch echt Schwierigkeiten haben. Ja, ich glaube, immer kurz Task Manager. Ne, du kannst du nicht verlagern, du kannst nicht entscheiden. Och, kannst, kannst du. Auf welchen Kern? Auf welchen Kern, ja. Das stimmt, das hab ich auch mal gesehen, aber ich kann mich nicht mehr ändern, wo das war. Äh, äh, du gehst einfach auf den Prozess, rechtsklick, sagt Zugehörigkeit festlegen, dann kannst du dann die Kerne festlegen, auf denen das laufen darf. Ja, gut. Nur hab ich ja auf alle acht, also, also im Prinzip auf alle vier. Also ändert das auch nichts. He, es scheint es aber hier auch gemütlich dann irgendwie nur umzulagern. Dann siehst du, wo ein Kern ganz ausgeht und der andere liegt dann auf die Hälfte an. Ja. Naja, ich hoffe mal, äh, Portal 2 läuft gut, sicher. Ja, ja, stimmt. Hoffentlich. Ich mein, Flüss, das müsste ja auch nur bei dir laufen. Ja, stimmt. Ey, Philipp, Philipp. Ja? Guck mal, solange der Dings noch nicht da ist, machen wir jetzt mal Loothaufen hier, komm mal her. Was willst du machen? Wir machen jetzt mal einen Loothaufen hier. Für wen? Wir nehmen mal alles hier raus, was hier liegt, schmeißen das vor die Tür und gehen dann hier mal aus der Feuerwache raus. Wofür denn? Dann spawnen die Nacht danach später neu. Weil der braucht ja, der, der Gregor braucht ja eh noch ein bisschen, ne? Ja. Und dann können wir die Zeit ja nutzen, Sachen hier rauszuschmeißen, damit neue Sachen spawnen. Wenn ich Platz im Inventar hätte. Keinen einzigen Platz frei. Ladebisch, ne, ich bin an der gleichen Stelle fest. Hast du Platz frei, dann nehmen wir da oben die Dosen noch, weil ich hab keinen Platz frei, also müsste ich meine eigene Sache wegwerfen. Guck mal, bei hinten was liegt. Siehst du was? Ne, ne? Ne, ist nichts. Nur oben auf der einen Etage sind noch zwei leere Dosen. Ups. Was meintest du, Gregor? Ne, der Ladebisch, hängt hier an der gleichen Stelle fest ungefähr. Ja, letztes Mal. Ah, hier ist ja der Rucksack. Ja, auf jeden Fall. Ne, das ist zu anstrengend alles zu looten. Was ist das für ein Rucksack? So ein kleiner, der kleinste, wenn es gibt. Ne, der kleinste nicht. Die West Couch ist kleiner. Ja, eben. Der hat zehn Plätze, glaube ich. Ich glaube, der kann zehn Meter. Ein paar Sachen halt schon nicht. Ich muss gleich noch verwandeln. Don't worry, it's in good hands. Aber du stehst schon drin, als beitretend. Ja, auf dem Server bin ich ja auch schon. Aber halt nicht in der Wild. Ach du Scheiße, das dauert es. Also einen Ping hast du bei mir von 51. 35 jetzt wieder so. Ja, jetzt ist es stabil bei 35. Wie gut ist das? Oder schlecht? Ist es gut. Ich glaube, einen von 29. Ab 100 wird es schwierig. Und der Connection. Okay. Aber du bist halt auch noch nicht richtig auf dem Server drauf, ne? Das kann sich dann vielleicht noch ändern, je nachdem. Ne. Jetzt hab ich keinen Tipp mehr, fuck. Ja, jetzt bist du bei 60. Ne, 30. Ja, jetzt bist du überhaupt irgendwie nix mehr. Ja, musst du kurz warten. Ne? Oh. Müssen wir kurz in der Super sehen. Ja, mach ich kurz einen Aufnahmestopp, bis du hier drin bist. Ja. Ja. Ja, sonst chillen wir hier unendlich lange. Dann kannst du... Ja, das soll wir gelogen. Ist ja eh jetzt aus. Kannst du dich auch schon mal verabschieden eigentlich. Ja. Ich muss kurz meine Maus, den Akku wechseln. Okay. So Leute, dann hör ich jetzt mal auf mit Aufnehmen. Wahrscheinlich bis übermorgen. Wenn ich mit Dennis wieder zusammen zocke oder morgen mit Gregor mal gucken. Hm? Wenn's nicht geklappt. Ja. Wahrscheinlich. Dann sehen wir uns an dieser Stelle. Wenn was Interessantes passiert, logge ich mich... Ich wollte schon sagen, logge ich mich ein. Dann drücke ich F12. Und dann äh... Könnt ihr dabei zugucken, wie ich sterbe. Bis später.